Hi! Als Dankeschön für 100.000 Abonnenten habe ich euch dazu aufgerufen, mir eure persönlichen Fragen zu schicken. Ich muss allerdings sagen, dass es so viele werden, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Für alle Fragen, sorry, haben wir natürlich jetzt keine Zeit, das Video würde sonst ein paar Stunden gehen. Aber ich habe mir mal ein paar sehr häufig gestellte Fragen von euch rausgesucht und ich versuche die so gut wie möglich zu beantworten. Viel Spaß! Was mich ganz besonders freut, ist, ganz viele von euren persönlichen Fragen haben mit Geschichte zu tun. Zum Beispiel wollten erstaunlich viele von euch wissen, zu welchem Ort und Zeitpunkt in der Geschichte ich reisen würde, wenn ich eine Zeitmaschine hätte. Das ist wirklich eine sehr gute Frage, die ich mir selber auch schon oft gestellt habe. Ich muss sagen, ich kann es gar nicht so genau entscheiden. Ich finde, es gibt viele spannende Epochen. Ich wäre zum Beispiel super gerne mal im alten Rom unterwegs, im Römischen Reich, zu den Blütezeiten. Die hatten da ja zum Beispiel schon Fußbodenheizungen und andere Dinge, ein ganz modernes Abwassersystem. Und sich das mal anzugucken, fände ich spannend. Ich hätte aber auch gerne im Mittelalter gelebt. Fände ich auch super, sich da mal anzugucken, ob das wirklich so ein dunkles Zeitalter war, wie es heute immer heißt. Ich bin mir sicher, es war nicht so. Aber das weiß man natürlich aus heutiger Sicht nicht so genau. Man kann sich Quellen angucken, aber da wirklich mal zu leben, das mitzubekommen, das fände ich super. Ich fände es aber auch, gerade um lehrreiche Dinge daraus ziehen zu können, gut an wirklich prägenden Ereignissen in der Geschichte teilnehmen zu können. Zum Beispiel einfach mal im sogenannten Dritten Reich unterwegs zu sein und sich anschauen zu können, wie war es möglich, dass so viele Menschen einem so kranken Typen wie Adolf Hitler folgen könnten, um das nachvollziehen zu können. Also ihr merkt, ich kann mich nicht so ganz festlegen. Ich finde viele Epochen spannend und ich denke, bei euch geht es ähnlich. Dazu passen auch die nächsten Fragen, nämlich was ist dein Lieblingsthema, deine Lieblingszeit, die für dich interessanteste historische Persönlichkeit? Puh, auch das ist wirklich schwierig. Eine richtige Lieblingszeit habe ich eigentlich nicht. Ich habe so einen Lieblingsbereich in Geschichte und das ist der Bereich Alltagsgeschichte. Wie sind Menschen früher umgegangen mit den Herausforderungen, die wir auch heute haben? Wie haben sie es hinbekommen, ihre Wäsche zu waschen? Ganz banal zum Beispiel. Oder wie haben sie sich eigentlich was zu essen gekocht? Was gab es früher zu essen? Solche Dinge. Das ist jetzt keine bestimmte Zeit, aber es ist halt ein bestimmtes Thema. Ja und historische Persönlichkeiten, da gibt es eine ganze Menge an Leuten, die ich mal gerne sprechen würde oder mit denen ich einfach nur mal gerne in einem Raum wäre. Charles de Gaulle zum Beispiel, fand ich eine super spannende Persönlichkeit, knallharter Kriegsgeneral, später aber auch einer, der die Versöhnung mit Deutschland auf den Weg gebracht hat. Super interessant. George Washington zum Beispiel auch, ja einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn man sich deutsche Politiker oder deutsche Persönlichkeiten anschaut, ja dann so Leute wie Goethe, Einstein zum Beispiel, finde ich auch super. Ich habe jetzt gar nicht so eine persönliche Person oder wie auch immer man das sagen will, die ich jetzt vorzuge, da gibt es eine ganze Menge. Meine Schulaufbahn scheint für einige von euch auch besonders interessant zu sein. Ihr wolltet wissen, was mein Lieblingsfach in der Schule war und ob ich damals gute Noten hatte. Sogar mein Abischnitt wolltet ihr wissen. Gut, wo fangen wir an? Fangen wir vielleicht beim Abischnitt an. Ich habe das mal in einem Video auf meinem Kanal gesagt und habe auch gesagt, ich sage das nur einmal und dann nie wieder. Vielleicht findet ihr dieses Video ja auf meinem Kanal, aber ich kann sagen, ich bin ganz zufrieden damit. Und das ist ein Schnitt, mit dem man sich jetzt nicht irgendwo verstecken muss. Es ist aber auch kein 1-0-Schnitt. So, da könnt ihr jetzt draus schließen, was ihr wollt. So, ganz grundsätzlich muss ich sagen, in der Schule war ich lange Zeit mal relativ schlecht. Das war vor allem so in der 7. Klasse, auch in der 11. Klasse, in der 11. wäre ich fast mal sitzen geblieben, wegen Mathe und Französisch. Könnt ihr euch auch denken, was nicht unbedingt meine Lieblingsfächer waren. Aber was mich damals rausgerissen hat und was auch wirklich meine Lieblingsfächer waren, das war Deutsch auf jeden Fall, Geschichte und Gemeinschaftskunde. So hieß das bei uns, also Politik. Und dann in der Oberstufe waren es auf jeden Fall Deutsch und Geschichte, die meine Lieblingsfächer waren. Deutsch einfach deshalb, weil mir das super Spaß gemacht hat, Texte anzuschauen, zu interpretieren, sich zu überlegen, was hat sich der Autor da gedacht und in welcher Zeit hat er gelebt. Franz Kafka zum Beispiel finde ich bis heute total toll. Und Geschichte, ja gut, finde ich sowieso toll, habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Also, ja, ist ja naheliegend, dass ich die Fächer gut fand, aber kann an dieser Stelle nochmal gesagt sein, ja, und meinen Abischnitt verrate ich euch leider nicht. Und wenn wir gerade bei der Schule sind, die Frage kommt auch so immer mal wieder unter Videos auf. Und auch dieses Mal habt ihr nachgefragt, ob ich nicht lieber Lehrer geworden wäre. Hm, ist wirklich eine gute Frage. Da muss ich jetzt zuerst mal klarstellen, ich sehe mich gar nicht unbedingt als Lehrer. Eigentlich sehe ich mich überhaupt nicht als Lehrer, ich habe ja auch keine pädagogische Ausbildung. Ich sehe mich eher als jemand, der versucht zu sagen, warum Geschichte spannend ist. Und das nicht so mit dem Zeigefinger nach oben oder so, sondern einfach, ja, indem ich versuche, Geschichte auch als Geschichten zu erzählen. Und Lehrer machen das auf eine andere Art und Weise und machen das sicherlich auch gut, das ist ganz klar. Trotzdem fände ich es sehr spannend, ab und zu mal Lehrer zu sein, so vielleicht einmal in der Woche für eine Oberstufenklasse. So, weiß ich nicht, zwei, drei Wochenstunden fände ich richtig super. Da hätte ich richtig Lust drauf, einfach Themen vertieft rüberzubringen und zu versuchen, Begeisterung zu entfachen, auch wenn das natürlich nicht immer einfach ist. Aber ich muss sagen, ich habe einen Job, mit dem ich einfach so zufrieden bin und der mir so viel Spaß macht. Da kommt das gar nicht für mich in Frage, jetzt zu sagen, okay, ich schwenke sozusagen um und werde jetzt Lehrer. Aber Riesenrespekt an alle Lehrer, es ist sicherlich kein einfacher Job. Ja, und noch ein paar mehr Fragen kamen zum Thema Schule. Ein paar von euch haben eine Frage gestellt, die ich sehr interessant fand. Ihr schreibt, dass sich viele Menschen nicht für Geschichte interessieren und wolltet meine Meinung dazu hören. Also, woran liegt das und was könnte man dagegen tun? Ich glaube, es liegt vor allem, und da sind wir tatsächlich wieder bei der Schule, am Unterricht. Geschichte wird in der Schule oft so rübergebracht, dass man Jahreszahlen auswendig lernen muss, dass man Namen auswendig lernen muss, dass man ewig lange Parlamentsreden, die super langweilig sind, analysieren muss. Aber das, worauf es ankommt, das wird oft nicht vermittelt, nämlich die großen Zusammenhänge. Was ist wie passiert und welche Auswirkungen hatte das dann auf die Zeit danach und welche Auswirkungen hat es auf die Zeit heute? Wenn man zum Beispiel Geschichte oft in der Jetztzeit beginnt und sich dann anguckt, wie ist es so gekommen, dann kann man viel besser nachvollziehen, welche Relevanz das hat. Und natürlich kann man Geschichte auch viel spannender vermitteln, als das oft im Unterricht gemacht wird. Soll jetzt kein Angriff sein gegen Lehrer. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele tolle Lehrer und viele Lehrer, die sich Mühe geben, aber halt auch einige, die es den Leuten dann eher madig machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine typisch deutsche Sichtweise. Bei uns geht es halt sehr, sehr standardisiert vor im Unterricht. Man muss das können und das und das, anstatt dass man mal ein bisschen so den Blick ein bisschen weitet und sich größere Zusammenhänge anschaut und das analysiert. Ich glaube, das ist so eine der Hauptursachen. Wenn man Geschichte richtig rüberbringt, bin ich mir sehr, sehr sicher, dann finden das was alle spannend. So, das waren jetzt die wichtigsten Fragen zu mir und Geschichte. Ihr habt aber auch jede Menge Fragen zum Kanal Musste Wissen Geschichte gestellt. Ihr wolltet wissen, ob ich das hier alles allein mache, wie das Team aussieht und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, ja, ich mache hier alles allein. Es gibt niemanden, der mich hier unterstützt. Ich bin der Einzige, der diesen Kanal hier nach vorne bringt. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Da ist ja schnell so wirklich mal ein dickes Danke angesagt. Also, ich bin nur ein ganz kleiner Teil dieses Kanals. Es gibt ein Team, das mich unglaublich unterstützt, das sehr viele der Sachen hier macht, das sich zum Beispiel auch mit um die Kommentare kümmert, das auch die Kommentare in diesem Video hier jetzt gesammelt hat und das an jeder Stelle dieses Kanals mithilft. Und ohne dieses Teams wäre der Kanal nicht da, wo er jetzt ist. Also, ganz herzlichen Dank an das Team. Und das könnt ihr natürlich auch mal in den Kommentaren schreiben. Dankt einfach mal allen. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch ein paar ganz spezielle Fragen ausgesucht. Eine Frage von MusterMax97 oder MusterMax97. Lieber MusterMax97, muss ich jetzt sehr enttäuschen, ohne Marmelade. Ich mag Marmelade überhaupt nicht. Egal welche Sorte, ich finde, das schmeckt einfach nur eklig. Ich mag generell keine süßen Brotaufstriche, Nutella, auf dem Laugenbrötchen vielleicht mal. Das ist irgendwie eine nette Kombination, aber sonst, nee, gar nicht. Ich mag es lieber herzhaft auf dem Brot und Marmelade. Ich überlege gerade, an welcher Stelle ich sie mag. Doch in der Linzer-Torte. In der Linzer-Torte mag ich Marmelade, aber sonst geht es für mich nicht. Alexi, Anime, glaubst du, dass der KSC auf Dauer wieder in der Bundesliga mitwirken kann? Das ist eine Frage, die sehr wehtut. Was soll ich da sagen? Ja, KSC, der KSRSC, mein Lieblingsverein im Fußball. Dritte Liga aktuell und das schon eine ganze Weile da weit unten. Bundesliga ist schon ein paar Jahre her. Ich habe es somit erlebt in den 90ern. Da sind wir wieder bei Geschichte, dass der KSC richtig gut war. Dass er international gespielt hat. Es gab auch mal ein 7 zu 0 gegen Valencia im heimischen Wildparkstadion. 1993, da war ich noch ein bisschen zu klein, um das so bewusst mitzubekommen. Aber ja, das waren tolle Zeiten. 5 zu 0 gegen Borussia Dortmund an meinem 10. Geburtstag. Werde ich auch nicht vergessen. Mal schauen, ob es wieder so weit kommt. Ich glaube fest daran, aber ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es so weit ist. Bayern hat uns übrigens damals alle Spieler weggekauft. Oliver Kahn, Michael Tarnert, Michael Sternkopf, Thorsten Fink, Mehmet Scholl. Alles waren mal KSC-Spieler. So, jetzt habe ich mal genug über das Thema geredet. Artemis fragt, wichtige Frage, wie bekommt man so einen Bizeps? Jemand mit eurem Bizeps, indem man immer viele Wasserkisten durch die Gegend trägt. Und vor allem, indem man eine kleine Tochter hat, die gerne auch mal durch die Gegend getragen werden möchte. Und immer schwerer wird. Momentan ist sie so 12,5 Kilo schwer. Und wenn man dann mal so, sagen wir mal, 10 Minuten mit ihr durch die Gegend läuft, dann merkt man das schon irgendwann. Also kleiner Tipp, bekommt Kinder, dann bekommt ihr ein Bizeps. Ibims fragt, magst du mal ein Geschichtsrap machen? Das wäre so cool. Ja, vielleicht. Ich habe tatsächlich mal Musik gemacht und gerappt und mache das eigentlich auch noch sehr gerne, habe aber gar nicht mehr so viel Zeit. Also Ibims, ich würde vorschlagen, wenn du mir einen richtig guten Beat besorgst und mir den schickst und mir ein Thema gibst, dann können wir da mal drüber reden. Vielleicht klappt das ja, aber es muss ein wirklich guter Beat sein. Also so, dass man sagt, okay, es geht gar nicht anders. Dann vielleicht schauen, da gibt es hier vielleicht mal ein Musikvideo zu so 200.000 Abonnenten hier auf dem Kanal. Aber vielleicht auch nicht. Also ich kann es nicht besprechen. Das war es auf jeden Fall mit euren Fragen. Wie gesagt, leider konnte ich nicht alle beantworten. Das waren ja auch echt ganz schön viele. Aber vielen Dank auch für eure Glückwünsche und Einsendungen. Und natürlich seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, noch weitere Fragen zu stellen. Die werden dann vielleicht irgendwann mal in einem der nächsten Videos beantwortet. Und hiermit werdet ihr belohnt, dass ihr bis zum Ende dieses Videos drangeblieben seid. Denn mein Abischnitt war 1,6. Bis zum nächsten Mal.